Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Neugierige Katzen, die ein Metronom untersuchen. Und das ist Marlon. Er leidet unter sogenannter Kleinhirnhypoplasie. Töne zwar äusserst gefährlich, aber im Prinzip hast du eine gesunde Katze, die einfach herumlauft, als ob sie immer eine in der Krone hat. Musik 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 Du weisst, die Sache sieht nicht gut aus, wenn die Spieler anfangen den Scheizrichter zu hauen. Musik Und das ist ein Bogenheber, ein medizintechnisches Gerät, das deinen Nacken richtet. Duscht deinen Kopf hinein und die Schwerkraft streckt deine Wirbelsäule gerade. Musik 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 Schau jetzt, ein selbstgemachtes Riesenrad. Musik 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 Das ist das Ende dieses Video. Und ich hoffe euch wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann. Musik Das ist das Ende. – das Ende des Reform des Großrages –Tidur. – – – Vielen Dank.